und damit jetzt liest willkommen zu let's play minecraft season 2 wieder zurück mit drei leuten mit dem äh simon und dem cranky grüß dich gott die herren grüß dich gott die dame und äh und abgestimmt was? ja du stinkst ganz hart ich habe in der letzten aufnahme am ende hier alles abgefällt und jetzt tue ich alles wieder anpflanzen voll spannend und so ja erstmal lauter köhle brüten übrigens wir nehmen eine halbe stunde auf ja länger kann ich okay alles klar alles klar ja komm so ich wüsste mich an das habe ich nicht gesagt muuuu simon was sagst du jetzt eigentlich du wolltest ja eigentlich den dorf bauen ne dem dorf ja genau das dorf will ich bauen aber ich will erst noch kurz was anderes machen äh dazu brauche ich das hier simon äh fabio was machst du denn ich baue höhle aus ich baue höhle aus ich baue höhle aus voll geil oh ja kein einiges und was kein einiges oh ja ey wir können übrigens den lift bauen ne simon genau das mache ich jetzt was dann aber ich bräuchte sand also muss jetzt sand suchen gehen ja ich bin da man ihm mit sand war äh ich bin da man ihm mit sand waaat hast hast du sand ja eventuell was brauchst du denn ähm bisschen was ähm warum hab ich denn gar keine blöcke mehr ähh mami ach fuck ich ich weiß ich mach die ganze ich mach grad nur scheiße ich renn grad runter und renn wieder hoch weil ich die ganze zeit scheiße vergesse weil ich letztes mal alles aus meinem inventar raus hab ist ja auch scheiße deine mutter ist cool der ja da hast du recht ja siehste alter warum fliegt hier dauernd ein flieger vor mein Fenster die ganze Zeit herum alter nicht ne fliege sondern ein flieger ist das ein flieger ass naja ruhe ruhig jetzt eigentlich mit dieser wertvolle kiste ja so warte dann mach mal dazu dann so und dann mach mal oh gott ich muss doch mal älter finde ups ups mach mal da weg ja du oder was zombie also jetzt alle da runter nein oh ab so freunde fabio du hast noch gold von mir ne ähm kann ich mir was von dir leihen fabio aber kein gold ich brauch was anderes geliehen was brauchst du ich kann dir nochmal ich kann dir gold blöcke leihen neun stück aber ich bräuchte eisen geliehen ok naja ich brauch kein gold mehr ich hab ok aber trotzdem brauch ich eisen geliehen ähm was brauch ich noch dass ich so viel eisen habe mhm wie ist das so viel eisen ich bräuchte ganz schön viel aber mich mag ja keiner ne oder ich renne schnell zur piramchen und nur mehr eisen und sand weil piramchen kann mir das zeug leihen ne jetzt brauchst du auch nicht ankommen piramchen kann mir das zeug ja auch leihen weil der ist ja auch ganz toll ja das hat er eben so angegeben ne mit seinen weisen und das denk ich mir auch so ein arschloch ey komm deine bio auch ja ja ihr könnt mir mal alle im arsch lecken hm außer fabio der nicht aber du ihr könnt aber wirklich alle haben außer fabio ja oh man das bedeutet dass ich darf dich im arsch lecken hm echt nicht sauber man macht sie ihn sauber oder das blinkt ja gerne der hinten weg so nicht echt bogen äh jetzt mal so als frage wie sieht das jetzt eigentlich aus die was schulde ich euch denn jetzt eigentlich noch mir hast man die ja block glaube ich zurückgegeben und wenn mich nicht alles zäuscht ein bissl gold aber gold das kannst du ja bereiten äh gold kannst du dir von mir auch noch ein bisschen leihen das brauche ich noch nicht sofort wieder he ich hab dir auch die darum was er zurückgeben muss so mongo und ich hätte gern halt ein bisschen eisen so wie gesagt also geliehen aber auch erstmal nur also ich also ich geb dir dann anderes eisen wieder was ich hab mir nichts gescheitert ne was bist du im game mode was ist das tja tita ja echt mal muss dafür jetzt kurz mal äh was sagen weil ich hab mir ich hab das jetzt gerade erst gemerkt wo ich eine eine half slab weggepflanzt hab habe ich dann uns dann drauf und die waren natürlich weg und ich habe aber nur ein kleines feld gerade damit ausgeglichen also also nur dass ihr bescheid wirst du nicht dann sagt boah ich hab ein video gesehen dass du gecheatet hast das gilt halt auch an euch ihr zuschauer das gilt halt auch an euch ihr zuschauer hey kann aber was dazu sagt der ist jetzt scheiße hier drin ja es gibt und au�도 ja es gibt dort sieht kannst du mir das eisen kippen also ich ich glaube der bot ist zu ende ja gib mir mal das eigentlich geheim okay dann dann schaue ich weg und du gibst mir einfach so viel wie ich dir geben kann ja ich bräuchte hat genug für 99 eisenblöcke und ich habe sieben eisen das bedeutet ja ich brauche 50 eisen ist halt echt unwinsichtlich dass man hört dass du erde am geboren hast ich brauche doch noch ein bisschen eisen mehr das waren nur sieben blöcke ich brauche noch neu hatte acht acht und naja ok danke aber wie höchst du ja jungs ich bin ganz kurz weg gabi gabi wieder am start wurde er hat gerade tröpfchen in der hose gekriegt hat kein hause könnte sein könnte sein nein das ist eine ruhige folge heute überlege gerade ob ich vielleicht auf der höhe bleiben soll wie mein der höhe auf der ich gerade bin ob ich auf der bleiben soll also von meiner von einem höhlen ausbuchtung ich weiß nicht wie du das heute machen willst ne ich hab mir gedacht ich brauche auch was brauch noch ein bisschen zaun nicht der zaun ist umso teurer geworden ist voll behindert das ist voll witzig das wäre voll aus das wäre voll witzig mal voll eklig ja das war und und er ist dass das ist Wieso Arsene... Wurscht Cam Simons Witz Wurscht ist... Wie das denn jetzt? Ein Creeper ist auf meinem auf meinem Balkon gespawnt Ich komm jetzt nicht mehr in mein Haus rein, ohne dass ich was zerstören muss Fuck Licht, würd ich sagen Hey! Wollen wir die letzte nicht abschlachten Was? Was machst du denn? Er kann doch ruhig draußen stehen bleiben So Das heißt... Der Bot, der regt mich grad ein bissl auf Was ist denn? Das spielt da ab Aber das spielt da nicht ab, oder wat? Oh... Wichs-Bot, ey... Gehen wir doch nicht auf die Eier, ey... Den Bot mag ich nicht Den Bot mag ich nicht Gehen wir es nochmal Hm... Warte hier... Ob das jetzt endlich sich ändert Oh Gott, tut mir morsemäßig leid Aber... Es gibt nichts schlimmeres als Vorhandschaften Ähm... Fabio, das restliche Eisen lass ich dir hier An Bot mag nicht Jo Leid, Bot kann man jetzt nicht laufen lassen Okay Jungle Door Die sieht ja ziemlich seltsam aus Ähm... Wie ist mit Jungle Door? Jungle Door Wie Fabio einfach ne ganze Halbe Kiste von diesen neun Steinen hat Fuck ja Ich geb's den ja auch für Sand am Meer, du Das ist ja wie ein normaler Stein, wa? Ich nehm mir noch nen Stack Erde mit Joa... Tut nicht weh Das stimmt, du hast ja auch wieder fast ne halbe Kiste Ich hab auch so viel Zeug in meinem... In meinem Ding Das ist sehr wahnsinn Ja, ihr habt auch gemeint Wer nicht tapferer Boy Nein, ich hatte einfach keine Zeit dafür Ja genau, du bist einfach doof Nein Ich hatte einfach... Joa... Doof nicht, würd ich sagen Ich bin einfach... Joa... Ich bin halt full Aufnehmer, ja Ja, ich bin jetzt ein bisschen behind Oh, Alter, das ist Englisch, ne? Das ist voll Denglisch und... Ach scheiße Full Aufnehmer, Alter Oh Gott Pirmen Nein, wo hast du Sand gefunden, Pirmen? Weißt du nicht? Weißt du nicht? Sagst du nicht? Weiß ich nicht, keine Ahnung Nee, ich bin äh... Warte, wo ist das letzte Mal wo ich Sand... Wo bist denn du grad? Ich bin grad unten bei meinem Teich Warte Du siehst mich? Ja Ich bin jetzt... Jetzt siehst du meinen Arsch, oder? Mhm Du bist weiter in diese Schlucht drüber gerannt, oder? Genau Da kommt dann mal so ein See Da kannst du dann meinen... Also da... äh... Also meinen, äh... Sanden Wie sagt man das? Da kann man versanden... Ohohoh Ach Gott Simon Ey, ich muss das Niveau hoch halten, ey Ja Ist hier ganz schön schwer lang zu kommen Ich mach hier jetzt gerade unser zweites Jump'n'Run Wir haben vorhin nämlich Jump'n'Run aufgenommen Jetzt bin ich natürlich der Jump'n'Run Master Pfff Da ist jetzt was rumgewehrwurst zu warten Ja, ich musste aber auch mal auf dich warten Zumal nicht so süß Na ja Na ja Oh Hm Oh, Freunde Hero, Hero Habt ihr denn schon so geschafft jetzt gerade? Nichts Doch, ich hab... ich hab... ich hab... Ja, hab ich doch gerade vorhin gesagt, dass es jetzt keine Lust gibt Ja, pfff Ja, pfff Bongo, wenn du nicht zuhören kannst... Ist doch so Fuck, ey Oh Gott, ey Ich wär grad fast gestorben Weil ich dachte ich kann noch sprinten Aber dabei kann ich nicht mehr sprinten Und spring so in... will so in das Wasser rein sprinten Und fall einfach nur gerade aus O-Town Überlebst grad... also... überlebst nur weil ich über so ne Leane drüber falle Tja Gute Geschichte Irgendwie fehlt hier der Death-Counter, ne? Ich hab den entfernt, weil der stimmt ja nicht Das ist ein Kill-Counter und kein Death-Counter Jaaa... okay Hehehe Nur weil du nicht drauf standest, Fabio Echt mal, weil du nix kannst Ja, hab ich einfach... Bestimmt's haben kann Oh kacke, das ist... das war kein Sand, das...